Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück im FlyJSIM-8 Tutorial. In dieser detaillierten Videoserie kümmern wir uns um all das, was diesen schicken Flieger betrifft, dessen Cockpit ihr gerade im Hintergrund seht. Und in diesem Video im Speziellen kümmern wir uns um das sogenannte Center Instrument Panel, das heißt also um die fünf großen Displays hier in der Mitte, die kleineren Backup Displays und das, was es da sonst noch so alles gibt. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Einige Dinge gibt es hier aber doppelt. Dazu gehört einerseits das Primary Flight Display und andererseits die Einstellmöglichkeiten, die es links bzw. auf der rechten Seite rechts davon gibt. Die werde ich also auch nur einmal erklären. Es macht keinen Sinn, genau dasselbe doppelt zu nehmen. Ganz links haben wir verschiedene Einstellmöglichkeiten für unser PFD. Wir können hier unsere Speedbugs einstellen, also unsere V-Speed, die können wir aber auch automatisch berechnen lassen, indem wir, sobald wir unsere Performance-Daten und das FMS korrekt ausgefüllt haben, hier unter unser Speedband klicken. Das funktioniert jetzt natürlich noch nicht, weil wir noch keine Daten eingegeben haben. Mit diesem Schalter hier unten stellen wir unsere Baros ein. Hier seht es, der Luftdruck verstellt sich und wenn wir in der Mitte draufklicken, dann wird er auf Standard gestellt. Mit diesem Drehregler hier unten switchen wir zwischen Decision Hate und MDA, wobei MDA hier in dem Fall nicht ganz korrekt ist, es müsste eigentlich DA heißen, aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Wir können hier also unsere Entscheidungshöhen einstellen, entweder gemessen auf dem Radarhöhenmesser oder dem barometrischen Höhenmesser. Wenn ich das jetzt verstelle, seht ihr schon, die Decision Hate geht hier an, wir haben eine von 10, die können wir höher stellen oder wenn wir das auf MDA switchen, dann nicht links, sondern rechts und wir sehen es auch anhand einer blauen Linie, die momentan gelb blinkt in unserem Höhenband. In unserem Primary Flight Display sehen wir genau das, was wir in anderen PFTs auch sehen. In der Mitte den künstlichen Horizont mit Neigungswinkeln sowie Steig- und Sinkwinkeln, auf der linken Seite davon unsere Geschwindigkeit in Knoten, auf der rechten Seite unsere Höhe in Fuß, rechts neben der Höhe die Sinkrate in Fuß pro Minute und noch verschiedene weitere Angaben, wie unsere derzeitige Radarhöhe hier unten in weiß im schwarzen Feld, unsere eingestellten Minimums hier und unseren derzeit eingestellten Luftdruck von 1013 Hektopascal. Oberhalb der Höhenskala hier sehen wir, welche Höhe wir am Autopiloten eingestellt haben. Das sind derzeit 10.200 Fuß. Die könnten wir, wenn wir sie nach unten stellen, auch anhand eines blauen Fähnchens sehen, das hier oben zur Hälfte noch zu sehen ist. Im unteren Bereich dieses PFDs befindet sich der Kurskreisel. Der ist hier in digitaler Form abgebildet und zeigt uns verschiedene Dinge an. Einerseits können wir hier unser Heading sehen, sowohl hier als Gradzahl als auch hier mit dem Fähnchen, so dass wir genau sehen, in welche Richtung das gerade eingestellt ist und hier rechts unsere Navigationsquelle. Momentan steht die auf FMS, wir könnten sie aber, wie im letzten Video gezeigt, auch umstellen. Links sehen wir dann noch VOA1 und rechts VOA2. Wenn wir da Frequenzen einstellen, sehen wir einerseits die Nadeln, die sich dann im Kurskreisel bewegen. Jeder, der schon mal einen Kurskreisel gesehen hat, sollte eigentlich wissen, wie genau das aussieht. Und wir könnten, wenn es ein DMI ist, dann hier unten auch noch die Entfernung zu diesen Stationen sehen. Die Route sehen wir hier nicht. Die gibt es hier rechts im Navigation Display. Das ist aufgebaut wie alle anderen auch. Oben rechts haben wir unsere aktive Route mit dem aktiven Wegpunkt, der Entfernung, Gradzahl und der Zeit, zu der wir ihn höchstwahrscheinlich erreichen werden. In der Mitte sehen wir dann nicht nur uns, das sind wir hier unten, sondern auch unsere Umgebung mit Range Rings, Funkfeuern, Flughäfen und einer ganze Menge anderem Kram, den wir uns frei konfigurieren können. Unten links, hier in blau, wird uns angezeigt, was wir da sehen. Momentan sind es Airpods und Nav8s, also Funkfeuer. Unsere Current Ground Speed und True Air Speed wird da ebenfalls angezeigt. Die TAS in weiß, die Ground Speed in pink. Und würden wir jetzt Fliegen und Wind haben, dann könnten wir den da ebenfalls sehen. Genauso wie DMEs, unten links, unten rechts, genau wie im PFD. Hier in der Mitte könnten wir außerdem erkennen, ob wir uns rechts oder links unserer derzeitigen Route bewegen. Hier steht gerade R für rechts, da kann aber auch ein L für links stehen. Dann sehen wir in der Mitte 0,0, also eine Entfernung und rechts daneben die Buchstaben Nm für nautische Meilen. Wir können also sehen, wie viele nautische Meilen auch in Nullkommaschritten, die uns rechts oder links unserer Route befinden. Und diese Anzeige hier unten ist dann deswegen relevant, weil wir damit ablesen können, wie unsere Ruderstellungen sind. Wir könnten damit zum Beispiel einen Flight Control Check machen, bevor wir zur Runway rollen. Hier in der Mitte haben wir dann einen Standby Horizon, der all die Dinge, die ich gerade erklärt habe, zusammenfasst. Das Engine Display hier in der Mitte dürfte wahrscheinlich am interessantesten sein. Einerseits deswegen, weil es alle wichtigen Infos über unsere Triebwerke zusammenfasst und andererseits, weil wir hier Daten über Turboprop-Engines sehen. Wir fliegen hier nun mal kein Jet und auch kein Kolbenmotorflieger, sondern einen Turboprop. Das heißt also, dass das, was uns hier angezeigt wird, in vielen Teilen unterschiedlich zu dem ist, was wir zum Beispiel in einem A320 oder einer 737 zu Gesicht bekommen. Die oberste Anzeige ist der Torque in Prozent. Torque meint die Leistung des Triebwerks, die auf der Antriebswelle lastet. Bei 50% Torque gibt das Triebwerk 50% seiner maximalen Leistungskraft auf die Antriebswelle ab. Wie bei Turboprops aber üblich, ist das nicht unbedingt das, was auch am Propeller ankommt. Die Drehzahl der Welle ist ungleich der Drehzahl des Props, denn der hat noch ein Reduziergetriebe vorgelagert. Falls euch interessiert, wie exakt das funktioniert und falls ihr das verstehen wollt, was sinnvoll wäre, um den Flieger hier zu fliegen, dann solltet ihr mal mein Video zu Turboprops schauen, weil ich das da genau erkläre. In diesen beiden kleineren Anzeigen hier können wir dann die Wellendrehzahl verfolgen, und zwar in Maximalprozent. Wir können hier also momentan erkennen, dass sich die Welle mit 0% ihrer Maximaldrehzahl dreht und sehen hier einen grünen Bereich, in dem sie sich befinden darf. Die Prop-RPM sind dann wieder was anderes. Wie gerade eben schon gesagt, dreht sich der Prop anders als die Welle, nämlich deswegen, weil da Reduziergetriebe vor sind. Die Prop-Drehzahl in diesem Flieger wird übrigens auch dadurch limitiert, dass wir mit diesem Prophebel hier einstellen können, wie schnell sich der Propeller drehen soll. Momentan steht er auf Cut-Off, das ist nämlich gleichzeitig auch ein Condition-Hebel. Wir können ihn aber auf Start und Feather stellen, auf 850, 900 oder 1020. Wie genau das funktioniert, erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Diese beiden Werte zeigen uns den Fuel Flow an. Wir sehen hier also, wie viel Kilogramm pro Stunde unsere Triebwerke verbrauchen, und das wird in der Regel recht wenig sein. Die ITT ist die Inner Turbine Temperature, das heißt also die Temperatur im Turbinenkern. Auch die darf natürlich nur in gewissen Werten laufen, die wir hier in weiß und in grün sehen, und der Maximalwert wird mit einem roten Strich markiert. Hier unten sehen wir dann noch eine Kombianzeige für die Öltemperatur und den Öldruck, das Ganze je Engine. Dann können wir hier sehen, wie viel Sprit wir pro Tank dabei haben, wie warm dieser Sprit ist, oder wie kalt, und hier unten unsere Lufttemperatur. Diese Anzeigen hier sind für das Fahrwerk wichtig. Sie zeigen uns an, ob das Fahrwerk zum Beispiel ein-, ausgefahren oder verriegelt ist. Mit diesem Gearhebel hier, wie bei allen anderen Flugzeugen auch, fahren wir das Fahrwerk ein- oder aus. Wichtig wird es dann hier unten. Mit diesen Switches stellen wir ein, ob wir die Flaps auf 35 oder 15 ausfahren wollen. Ihr seht es auf dem Bild ganz rechts ein wenig weiter unten. Das sind die Flaps, die wir hier ausfahren können. Für einen normalen Approach fliegen wir mit Flaps 15 an. So. Und lassen diesen linken Pushbutton hier auf Standard. Wenn wir aber beispielsweise auf London City oder einen anderen Airport mit kurzer Runway und möglicherweise steilem Anflug anfliegen wollen, stellen wir die Flaps auf 35 und diesen Pushbutton hier auf Steep. Das führt dazu, dass wir mehr Widerstand generieren. 35 Grad erzeugt eben mehr davon als 15. 15 Grad wieder rum. Sorgt dafür, dass das Flugzeug stabiler in der Luft liegt. Wir fliegen dann zwar ein bisschen schneller an, aber die Geschwindigkeit kriegen wir am Boden ganz einfach wieder abgebaut. Das hier unten sind hydraulische Pumpen. Die brauchen wir dann, wenn die Triebwerke gestartet sind und wenn diese genügend Leistung liefern. Vor dem Start müssen diese auf jeden Fall eingeschaltet sein. Das PFD auf der rechten Seite erkläre ich jetzt wie gesagt nicht. Hatten wir links schon. Macht keinen Sinn, das doppelt zu erklären. Was ich aber erkläre, ist dieses Display hier. Denn das zeigt uns verschiedene Zustände unseres Flugzeugs an. So zum Beispiel zur Batterie, zum APU-Generator, zum AC- und DC-Generator und dazu, was wir gerade für Flaps, Hydraulikdruck und Hydraulik-Quantity haben. Das ist deswegen wichtig, weil, wenn wir unsere hydraulischen Pumpen nicht eingeschaltet haben oder diese nicht funktionieren, wir genau das hier nachschauen können. Und damit haben wir das Center Instrument Panel auch schon abgearbeitet. Geht alles ziemlich fix, aber so ist das bei der Dash nun mal, ist ein kleines Flugzeug, nicht kompliziert, sondern einfach und spaßig und deswegen geht das hier alles ein bisschen fixer. An dieser Stelle war es das also mit dem CIP und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen haben solltet, würde ich mich freuen, die unter dem Video in den Kommentaren zu lesen oder auf dem Discord, vielleicht aber auch per Mail. Und sollte euch das gefallen haben, was ihr hier seht, dann würde mich ein Daumen hoch und ein Abo natürlich riesig freuen. Am besten wäre beides. Bitte vergesst außerdem nicht, dass ihr diejenigen seid, die diesen Kanal hier überhaupt erst am Leben erhalten. Wenn ihr also auch in Zukunft dann hochwertigen, detaillierten Tutorial-Serien, Wissensvideos oder ähnlichem interessiert seid, dann denkt doch einfach mal über eine Spende auf Type-E-Stream, ein Abo auf Patreon oder eine Kanalmitgliedschaft nach. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Sollte euch aber nicht gefallen haben, was ihr hier seht, dann interessiert mich natürlich ebenfalls brennend, warum das so ist. Gebt dem Video also bitte nicht einfach nur einen Daumen runter, sondern schreibt mir in die Kommentare auf dem Discord oder per Mail, was genau euch nicht gefallen hat, denn nur mit eurer Hilfe kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen und warmen Tag. Macht's gut!